Musik Mein Name ist Georg von Preising. Ich bin Bürgermeister in der Gemeinde Gmunt am Tegernsee, eine der fünf Talgemeinden am Tegernsee und heiße Sie recht herzlich willkommen bei uns. Am Nordufer des Tegernsees liegt Gmunt. Optisch wird der Ort dominiert von einer der schönsten Kirchen Bayerns, wenn nicht gar Europas. Hier bekommt der Begriff Gotteshaus eine Bedeutung, die sich jedem Besucher sofort, klar und eindringlich erschließt. Von der Ortsmitte bis zum See sind es nur wenige Schritte und ein bestens gepflegter Seeuferweg lädt ein, See und Umgebung während eines Spaziergangs zu erleben. Die Mangfall ist der einzige Abfluss des Sees, der hauptsächlich von Bergwasser gespeist wird. Von Kaltenbrunnen aus hat man einen einzigartigen Blick auf den See. Natürlich kann man sich den See auch vom Wasser aus erschließen. Die sportliche Variante Segelboot und die gemütliche Variante das Ausflugsschiff. Start Gmunt am Tegernsee. Traumhafte Fleckchen sagt Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen. Bis bald! Bis bald! Bis zum nächsten Mal.